Musik 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 Schwach aus Musik 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 Das lässt sich ändern Musik 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 Noch einen. Na los Fetch, mach schon. Hier kommt noch eine hilflose Seele. Du brauchst offenbar mehr Gegenwehr. Komm sofort. Schnell weg hier. Deine Leistung bei dieser Geiselübung war akzeptabel. Wir führen hier Buh. Die Ergebnisse anderer Kondos werden veröffentlicht, um dich zu reizen und anzuspornen. Ich bin immer offen für weiteres Training. Vielleicht möchtest du sie übertrumpfen? Das reicht erst mal. Setz dich hin. Ich würde jetzt gerne weiter darüber sprechen, was passiert ist in Seattle. Nachdem ich die ganze Nacht die Stadt nach meinem Bruder durchkämmt hatte, kam ich wieder zu dem, was von unserem Boot noch übrig war. Und da traf ich ihn. Auch er suchte Brent. Entschuldige, Süße. Hey, hast du hier irgendwo einen Kerl mit Irokesenschnitt gesehen? Warte, du kennst... Du kennst Brent? Gehörst du zu diesen Russen? Was, den Aculas? Oh, verdammt, nein. Hey, heißt das, dass die dahinter stecken? Verdammt. Diese Kerle kidnappen meine Mitarbeiter. Kidnappen? Warte mal. Weißt du, wo er ist? Bringst du mich hin? Mal ganz langsam, Süße. Du solltest dein hübsches Näschen lieber nicht da reinstecken. Ich weiß nicht, was du mit Brent am Laufen hattest, aber... Da ist mein Bruder. Hilf mir. Bruder? Bist du, Fetch? Ich bin Shane. Shane? Brent hat nie erwähnt, dass seine Schwester so ein heißer Weger ist. Bitte! Wo soll ich suchen? Ist Zeit, hauptsächlich. Danke. Wenn dir noch was einfällt, ruf mich auf Brent's Handy an, okay? Ja, ja, klar. Was immer du sagst, Süße. Aber pass gut auf dich auf, okay? Ich muss die Stadt auf mein wahres Ich vorbereiten. Ich brauche Neon. Jede Menge Neon. Hey, Fetch. Ich hab mal meine Fühler ausgestreckt, aber diese Akkulas haben so nervöse Finger. Wir müssen der Spur schnell folgen. Okay. Ich bin schon auf der Suche nach Neongas. Immer langsam, Heißsporn. Ich schnüffle ja ab und zu auch gern mal ein bisschen Gas, aber das ist wirklich... Es ist ein Trick, den ich aus Jersey kenne. Mit dem Gas kann ich irrsinnig schnell rennen. Hättest du das wahr? Tja, da muss ich dir wohl glauben, Conduit. Welche kleinen Geheimnisse hast du denn noch so in Petto? Ich muss zu diesem großen Schild. Ich brauche erst, um Brand zu finden. Ja, das ist groß genug. Na los, spuck's schon aus. Okay, du faules Neongas. Dann mach dich mal nützlich. Was für ein Kick. Okay, ich brauche so viel Feuerkraft, wie ich nur kriege. Ohne. Die schmecken gut. Oh, ein großes. Und es bewegt sich. Hatch-Süße, hattest du etwas mit dieser Lichtershow an den Niedel zu tun? Ich hab doch gesagt, ich brauche Neongas. Konzentrier dich auf Brand. Tja, aber irgendwie unübersehbar. Weißt du, es wäre besser, wenn du hierher zu mir kommst, während ich meine Fühler ausstrecke. Nach den Oculas. Diese Wolken machen mich schneller als ein Blitz. Du leckerer Neon-Riese. Dich schlucke ich im Ganzen. Das hat mir gefehlt. Komm her. Oh ja. Im Laufen schmecken die viel besser. Okay, also kommen die Oculas zu mir. Wo ist Brand? Spricht keiner von euch unsere Sprache? Mann. Okay, Arschgeigen. Los geht's. Not me, Daniel, Idiot. Haha. Fettschätzchen, meine Fühler haben gerade etwas sehr interessantes Befehl. Oh man. Also, die Oculas erwarten in Kürze ein Arsenal von Waffen. Du hilfst mir, sie zu stehlen und in weniger als einer Stunde schicke ich 50 bewaffnete Männer auf die Suche nach Brand. Toll, danke. Und lass das mit diesen Fühlern. Schon geschnallt. Widerlich, du stehst, komm. Lassen wir es hinter uns. Also wirklich. Du musst wissen, dass manche Frauen mich unwiderstehlich finden. Klar, für genug Geld. Du musst nicht einfach in der ganzen Welt ein Sandwich schlagen, wenn du für den Waffenraum bereit bist, ja. Au revoir. Du musst nicht einfach in der ganzen Welt einstehen, wenn du für den Waffenraum bereit bist, wenn du für den Waffenraum bereit bist. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.